Knapp 2000 Hunde leben in der Stadt Luzern. Und für sie und ihre Halter gibt es gute Nachrichten. An zwei weiteren Orten, konkret am Churchill G. und am Tripschenhorn, dürfen sie schon bald ohne Leine rumlaufen. Die zusätzliche Freiheit für die Luzerner Hunde scheint aber nicht allen zu gefallen, unter anderem den Anwohner, die jetzt Angst um ihre Kinder haben. Der kleine Louis und die weisse Kira müssen jetzt noch alleine durch die Wiese beim Churchill G. laufen. Das soll sich dank ihren zwei Haltern bald ändern. Sie gehören zur Interessegemeinschaft Hunde Wiese Luzern und haben sich für den Freilauf von ihren Vierbeinern eingesetzt. Sie sind froh über den Entscheid der Stadt. Einerseits haben wir sehr positiv reagiert, das hat uns natürlich sehr gefreut. Auf der anderen Seite, so Hundefreilauf zu wohnen sind wichtig, insbesondere für das soziale Zusammensein von Hunden, vor allem junge Hunde, die sich sozialisieren mit den Größeren, und auch Hunde halten, die Kontakte untereinander pflegen können. Und darum hat uns das als grosses Anliegen im Vordergrund gestanden. Bis jetzt dürfen die Hunde offiziell nur auf der Almend-Frei rumlaufen. Ab Mitte Mai wird die Stadt eine Hälfte der Wiese im Churchill G. freigeben und im Herbst dürfen die Hunde auch beim Tripscherhorn von der Leine. Die Zone wird man mit Hecken abgrenzen. Wir wollen ein friedliches Miteinander arbeiten, wie heute am Vormittag beim Churchill G. Aber bei gewissen Anwohnern und Spaziergängern kommt das Projekt nicht gut an. Also ich finde es gut, wenn die Hunde einen Ort hätten, wo sie frei um einander laufen können. Aber gerade diese Wiese finde ich, ich bin nicht dagegen, aber ich finde sie auch nicht so optimal, wie sie so zentral ist und viel genutzt. Auch beim Tripscherhorn, wo es gerade in der Nähe eine Schule und einen Spielplatz hat, ist mir kritisch. Ich finde, in einem Anerholungsgebiet und in einem Gebiet, wo eben Schule und Kinderspielplätze sind, ist das nicht angezeigt. Ich finde, das ist eine Sauerei. Wir laufen jetzt gerade am Seen an, hier bei der Tripscher und es hat einfach hier auch sehr viele Kinder, kleine Kinder. Und ich denke, die haben einfach Angst vor Hunden. Ein grosser Teil von ihnen. Die Interessegemeinschaft Hundenwiesen will dieser Kritik entgegenkommen. Wir verfolgen den Ansatz, dass wir unsere Mitglieder sensibilisieren möchten, auch insbesondere auf die Rücksichtnahme gegenüber Passanten und Menschen, die vielleicht mit Hunden nicht so gut umgehen können. Und ich glaube, damit können wir erreichen, dass über die zwei Jahre in diesem Pilotprojekt auch ein Erfolg zeitigt und wir dann hoffentlich am Ende sehen werden, dass die Stadt bereit ist, diese Hundenzonen dauerhaft zur Verfügung zu stellen. Wenn es zu keinen Zwischenfällen kommt und auch keine grosse Einsprache von Anwohnern gemacht werden, dürfen Louis und Kira in Zukunft ihren Auslauf im Churchill-Gag ganz ohne Leine geniessen. Untertitelung des ZDF, 2020